Woran denken Sie, wenn Sie telefonieren? Denken Sie an die Vorwahl, die Sie gerade gewählt haben? Und ob die zu Ihrem Netz gehört? Überlegen Sie, wann Sie angerufen haben? Zählen Sie Cents pro Minute? Wir wollen, dass Sie beim Telefonieren nicht ans Telefonieren denken. Deshalb haben wir bei O2 mehr als nur einen neuen Tarif. Wir haben eine Lösung. O2O O2 can do